Die katastrophalen Folgen Die katastrophalen Folgen eines Erdbebens. Ohne Vorwarnung kann die Kraft dieser Naturgewalt innerhalb von Sekunden ganze Städte in Trümmerhaufen verwandeln. Allein dieses Beben in der Türkei im Sommer 1999 hat 20.000 Menschen unter Lawinen aus Beton, Mauerwerk und verbogene Metall begraben. Rettungseinsätze unter solchen Bedingungen sind lebensgefährlich und strapaziös. Doch durch technischen Fortschritt und zielgerichtetes Training sind Spezialisten heute besser denn je in der Lage, Menschenleben zu retten. Die Erdbebenwarte Kandili in Istanbul überwacht die Bewegungen der Erdkronen. Um zwei Minuten nach drei, am Morgen des 17. August 1999, registrierte sie ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,4 auf der Richterskala. Das Beben kam in zwei Wellen und dauerte insgesamt 45 Sekunden. Im ersten Chaos suchten die Überlebenden mit bloßen Händen nach verschütteten Angehörigen und Freunden. Erst bei Tagesanbruch war das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Etwa 20.000 Menschen waren unter den Trümmern der zerstörten Gebäude begraben. Die türkische Regierung wandte sich mit einem dringenden Hilferuf an Rettungsteams auf der ganzen Welt. In Deutschland wurde die SEBA, die Schnelleinsatzeinheit für Bergungseinsätze im Ausland, des technischen Hilfswerks alarmiert. 76 Freiwillige trainieren seit Jahren regelmäßig für den Ernstfall. Zum Team gehören der Industriemeister Peter Schäfer als Gruppenführer, der Pharmareferent Thomas Lackmann, die Hundeführer Ulrika und Michael Lessmeister, Krankenschwester und Dreher, der Notarzt Dr. Wranze Bielefeld und der Elektroingenieur Peter Hess. Untertitelung des ZDF für funk, 2017